Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde! Der Wipe ist nun schon ein paar Tage alt und ich hoffe ihr seid soweit gut reingerutscht und genießt das frische Early Wipe Gameplay. Vor dem Wipe hat uns ja die Questreihe The Terror Group Trail ordentlich beschäftigt und natürlich führe ich die Questreihe hier weiter für die, die im Livestream nicht dabei sein konnten. Wir setzen hier beim letzten Teil, in dem wir zuletzt die Bitcoins besorgen mussten, weiter an mit Part 8, bei dem wir 10 Scabs mit Rough Gear auf allen Maps außer Labs erledigen müssen. Shoreline und Lighthouse habe ich hier im Video weggelassen, da die beiden Maps eh massig gelaufen wurden, für die 10 Obdolver Stims, die wir im späteren Questverlauf brauchen und ihr dann bei den Parts das Videomaterial dazu zu sehen bekommt. Jetzt überlasse ich euch aber den Raids, ich bin's wie immer euer Gunshot, sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video! Ich glaube hier ist einer über uns. Sehr nice. Wo bist du? Ah da, hinter dem Auto, hm. Hier ist aber schon einer tot gewesen, oder hast du den erschossen? Ja, den hab ich gerade erledigt, ja. Okay. Du hast jetzt, du hast jetzt gerade den anderen, den ich gerade verfolgt habe hier. Okay. Ich seh dich dahinten, ich bin ganz rechts. Ja, genau. Boah, halt, hab ich mich erschossen. Dribbel was? Was? Jetzt war irgendwas gerannt. Bin ich gehört? Hat einer geschrien, hast du ihn gehört? Ne. Wo war das? Irgendwie hier oder so. Kann sein, dass ein Spieler, glaube ich. Ich glaube, ich habe einen Spieler hier im Treppenhaus. Ich habe einen Spieler. Was? Ich bin zu zwei Stück. Guck mal, du. Ihr rennt was? Ja, aber wir haben B. Das war's nicht du, oder was? Alter! Nein! Da kamst du dir rein? Ey, ja, das... Ich muss sich erinnern, ob links auch wieder was ist. Alter! Was? Ich habe gerade übelst Desing gehabt, sorry. Wo ist das Kaffeein? Wo bist du? Oben. Ich bin über die Treppe weiter hoch gegangen, oben. Ja, da quäkt noch mehr rum. Ja. Hast du die rausgeworfen? Ja. Okay, den habt ihr zerlegt. Ganz links ist noch einer. Da, gesehen. Auch unten draußen, oder was? Ist weg. Ja, da oben. Skaff. Mehrere. Oder es waren Skaff-Spieler. Ich müsste erstmal kurz stacken, ey. Wo bist du? Ich bin hier in den Dings drinne. In dem kleinen Kabuff hier, wo wir dahinter stehen. Ne, die stehen alle noch hinten drinne, aber ich bin schon fertig mit der Quest, glaube ich. Skaff's ready! Ja, ja, ich habe die Skaffs fertig. Oh, hier ist natürlich richtig bescheiden, ey. Ne, hier will ich noch nicht hin. Ich glaube ich wieder ein Stück zurück. Der Spawn gefällt mir gar nicht, ey. Vor allem, weil ich jetzt gleich höchstwahrscheinlich Spieler vor mir habe. Da bin ich mit meiner SR2M jetzt nicht so gut aufgestellt. Da ist ein Skaff. Oh mein Gott. Das sind doch die, äh... Das ist doch Dings hier, oder nicht? Das ist doch 100 pro... Wer ist er denn jetzt? Gruha, ja. Das ist Gru. Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Okay, von dem sind wir schon mal weg. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das einfach so fünf Skaffs auf den Haufen gewesen wären. Aber dann, wenn ich ihn gebraucht habe, Leute. Dann, wenn ich ihn gebraucht habe, war er nicht da. Oh. Wie da? Scheiße. Ja, auf die Entfernung ein bisschen krass gewesen gerade, aber... ... 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 munition ausgeht können wir rein theoretisch damit weitermachen mp 155 geht leider nicht oder doch die geht auch nämlich lieber die sehr tot glaube scheiße jetzt sind die boys von gluha hier vorne ok ich renne wieder unten lang kommen dann in der mitte raus und hoffe dass ich den weg bis dahin überstehe ja spieler sind tot gluha lebt noch das habe ich mir schon gedacht aber ich leg mich hier mit gluha an mit der knifte hier will er mich verarschen ja Oh, come on! 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 MP-155 Oh, nee, mit der nicht MP-153 geht AKM-Series, aber halt Da hat einer von denen gerade Yes, Problem MP-153 geht Perfekt Loll Scheiße Drei Stück hing da oben Drei Stück haben gefehlt Genau die drei haben gefehlt, ey So Freunde der Sonne Ja, wir sind eigentlich ganz gut gespawnt Wir gehen wieder zurück Weil über das Medical Tent Möchte ich, wenn, dann aus der Ferne nur Ich denke, die meisten mir hier werden tot sein Zweifel, dass jetzt ausgerechnet hier noch jemand lebt Von der Suka Das war's für heute. Okay, hier ist auch ein guter Skaff wieder. Okay, die Quest nochmal fertig. Tarkov kann so schön sein, ne? Tarkov kann so schön sein. Rein hier. Alter, ich hab mich nicht geheilt. Ach, fix. Über uns? Oder links von uns ist was aufgestanden? Ja, hier verarztet sich einer links. Ich hör was links gehen. Das ist oben, oder? Glaube ja. Ne, hinter uns ist was. Vor uns, meine ich. Da ist ein Spieler. Direkt vor uns. Wer kommt? Hab ihn. Einen hab ich auch. Hab auch einen. Jawoll. Einen dicker, oder was? Er hat auf jeden Fall einen Maskerhelm auf. Was gab? Okay, er war näher als ich dachte. Es sieht gar nichts los, aber... Doch, links ist irgendwas, ne? Ne, mehrere, ja. Du bist schon oben drin, oder was? Eins gab hab ich. Hast du ihn? Boah, er lebt halt noch. Ne. Wo ist er? Er lebt an den Kasten vorne. Jetzt hab ich ihn. Meine Fresse, ey. ProSketten, ganzes Magazin reinpumpen. Du rennst, ne? Ja, ja, ja. Da war noch einer. Das ist Kevplayer. Ja, beide. Hier unten ist ein Skevplayer. Beim Sunny-Eck ist er jetzt drinne. Okay. Unten weggerannt? Einen Pfeiler? Ja, ja. Steht er da noch hinterm Pfeiler, oder ist er weiter weggelaufen? Ich hab ihn nicht mehr gehört. Er rennt bei dir. Ne, er kommt hier hoch. Er kommt hier hoch. Kommt er hinten die Treppe hoch? Schieß nochmal. Oder mach irgendwie laute. Schieß nochmal da. Schieß nochmal da. Okay, reicht. Er bewegt sich nicht mehr. Scheiße. Ich glaub, er hat mich gehört. Ne, er rennt hier. Ich glaub, ich hab ihn. Letzter Schuss war, glaub ich, ein Headtap. Ja. Äh, der hat ein Stim-Bime. Ja, ja. Die konnte ich noch nicht searchen. Da trabe ich noch nicht zu. Hä? Was? SP8 hat der hier dabei. Okay. Hier, der Typ hier. Nein, der andere. Der hier. Was ist denn SP8? Na, das ist die Machete, die du brauchst. Lol. Oh. Geil. Nice. Mehr Glück als Verstand, der quasi war. Da ist ein Scafi laufen. Okay. Ich weiß nicht. Oder hinten links, oder? Ne, der ist hier gerade um das Ding rumgelaufen. Okay. Auto ist noch. Einen hab ich. Abziehen. Nehmen wir das Auto wahr und resetten. Oder was? Ja. Nein, komm. Ja. Was? Den nehme ich mir jetzt hier. Gehen. Gehen. Sorry, da kommt noch einer. Ja. Fertig mit der Quiz. Jo. So. Dann hau ich mal ab. Jo. Ciao. Oh. 1 0 Bis zum nächsten Mal.